Pegel ist da, aber nicht bei mir. Das Licht mal an, das sieht man nicht. Und wenn? Das ist aber hell. Du wirst aber nicht immer mehr lichtet. Aber sowas von... Was ist das denn hier? Hier ist ein Laufgeber drauf. Was ist das hier? Da. Das klebt er einfach. Ich kleb das da nicht mehr dran. So, geht das so? Dieses Nachkorrigieren hier. Mein Team lenkt mich hier so ein bisschen im Hintergrund. Die wuscheln hier rum, die patschen, tatschen und machen so. Das ist mir zu gut. Da macht sich was selbstständig. Echt jetzt? Was steht mit dir nicht? Was steht mit dem Licht nicht? Weiß ich nicht.